RBB Fernsehen, Partner für Kultur. Die folgende Wahlwerbesendung wird Ihnen präsentiert vom Atze Musiktheater. In zwei Wochen sind Wahlen. Die Idee, dass die Partei, sie heißt Stimme der Zukunft, ein Kind als Kandidatin aufstellt. Du bist die Kandidatin. Ja! Ich verbiete alle Kriege. Einen besseren Mathelehrer. Tierschutz und keine Tierversuchung. Die Ministerpräsidentin, noch bis zum 6. Juli im Atze Musiktheater Berlin. Die Stimme der Zukunft, das sind wir.